Patek Jeschik Jeschik wird nicht eigentlich attackiert und er nützt diese Siedkirch, er legt auf die Jeschik und Tor! Jeschik, Jeschik, Jeschik 2 zu 1 Fein durchgespielt und das ist das 1 zu! Jeschik, alleine, Tor! Jeschik, Jeschik und da ist er drinnen! Patrick Jeschik, unglaublich! Und jetzt, da ist der Ball im Tor! Da ist der Treffer für Salzburg! Unglaublich! Das ist der Treffer für Salzburg! Das ist der Treffer für Salzburg! Der Treffer für Salzburg!